Soll ich dann? Oder machst du? Mach du. Jo, dann willkommen zurück im zweiten Teil vom Overwatch Multiplayer, diesmal gegen Spieler. Sag du auch was. Hallo, ich bin dabei. Ja. Ach ja. Ist doch alles scheiße. Hallo, ich bin Panossa. Ich bin alkoholabhängig. Ich glaube, ich platziere mich mal hier hin. Alkohol, hm? Ja, ja. Genau, wir spielen jetzt gegen Spieler. Wir haben hier hinten den Yu-Kai. Und... Lol. Lol, was machst du? Ich schicke die Streifers einfach weg. Ah. Fuck. Oh Gott. Der läuft ja über... Lol. Ich wusste nicht, dass man da rüber laufen kann. Ach du Kacke. Ach, der hat sich da drauf teleport... Alter, das ist schlau. Wie hoch sind die eigentlich vom Level? Oh lol. Wir haben auch gerade erst angefangen. Ja. Oh Mann. Der Typ, der mich gekillt hat, ist zwei Level unter mir. Das ist wahrscheinlich sein erstes Match oder so. Das ist sein erstes Match. Und der hat mich einfach instant gekillt. Das sieht nix aus. Ach scheiße, dieses... Da hat sich doch ein französischer Akzent reingeschlichen. Por mir kann sich niemand verstehen. Lol. Sind die alle woanders? Nein! Wir haben zwei Sniper! Ach du Kacke. Eigentlich ist das nicht schlau, aber es bringt was anscheinend Ich glaube, ich nehme dann als nächstes irgendwie Tracer oder so Einfach nur, um Leute abzufucken Obwohl man mit Tracer wahrscheinlich sehr gut spielen können muss, damit man überhaupt irgendwas erreicht Oh, es geht, glaube ich Nein, ich habe ihn nicht getroffen In dieser Reinheit läuft die ganze Zeit mit 2 HP rum Oh lol Gar nicht mit 2 HP, oh fuck Ich habe auch nicht viel Fuck, alter, jetzt laufen wir mit 2 Reinhards rum Ach du kacke Wie viele Videos hast du davon geguckt? Ähm Viele Ich habe gesagt, du kennst schon alles und jeden und Ja, ich, also ich kenne zumindest alle Helden mit allen ihren Fähigkeiten Ich eben nicht, also Also ich habe mir genug angeguckt, sagen wir es so Ich bin wieder Ich bin wieder Magnifique Wie hat das bitte funktioniert? Ich bräuchte mal Leben Wo sind hier die ganzen Heilungssachen? Das weiß ich zum Beispiel nicht, das kenne ich nicht bei jeder Map Alter, ich habe 4 HP, ich muss irgendwo weg Oh lol, irgendwas hat mir Leben gegeben Hier lang liegen auch Medikids rum, ne? Ja klar, aber ich sehe keine So stressig Nein, nein, nein Oh Gott Ich habe mich direkt in einen Reinhard reingedasht Und er hat mich einfach nicht mit seinem Hammer getroffen, aber dann waren da noch 3 andere Gegner Gegner? Ja Ja Heu Lauf Nein Fuck Äh, also mit Tracer die Hotkeys, das ist schon eine Sache die ich erst mal lernen muss also ich fand die eigentlich ziemlich leicht ich komme halt mit den hotkeys nicht gleich schaffst du nicht die schnell genug zum warte mal ich stelle mir die mal kurz um ich habe ja zeit wo ist tracer tracer so das war sieben ist möchte ich gerne auf shift haben und ihre e möchte ich gerne so das heißt damit der schicht okay damit komme ich auf jeden fall besser zurecht damit kann ich zurück nach meine q habe ich auch gar nicht benutzt bis jetzt das ding ins overlay ist aktiv fällt mir gerade zum ersten mal auf das discord overlay bei mir ist es gar nicht da wo ich es aktiviert habe nein alter ich bin in den schlag von reinhard reinge gelaufen ich glaube nicht dass wir das schaffen ich weiß nicht wer das ist reinhard ist der fette typ mit dem hammer ich habe jetzt mal so gewechselt leute nerven bringt es nicht wenn die erfolg haben also reinhard ist der fette typ mit dem hammer den ich gerade erledigt habe ja der ist auch ziemlich einfach eigentlich aber der hat halt reppenlucky hit erwischt bei mir oder einer ist runtergefallen nein 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 ich habe vergessen dass ich mir die tasten umgelegt habe arg das schöne am anfang ist jetzt noch dass man absolut keine ahnung hat wie die map aufgebaut ist nicht schon sieg ja wie auch immer hier das war wahrscheinlich ganz am anfang oder ja tatsache ach du kacke ja gut dann sehen wir uns in der zweiten runde gleich erreicht etwas mehr als eine bronze medaille eine bronze eine silber mal mit tracer kann man jetzt nicht so viel killen denke ich aber also ich finde zumindest das spielprinzip eingänglich so was nehme ich denn diesmal ich nehme hier ich beschütze die unschuldigen also in der ehe kann ich leute wegschmeißen ich finde nur diesen spruch beschissen welche tracer was sagt sie denn weißt du doch oder nicht ich kenne die sprüche nicht aus welchen tschirslav die kavallerie ist da achso ja ja fuck ach schütze ach schütze oh oh lol achso hm hm jetzt erst weg fängt das überhaupt an genau gg d meck ja wird das was noch aber sonst keines er oder wir bin ich immer support ich achte einfach nicht auf meine mitmenschen da war dann schon wieder der spruch zum heulen so willkommen zur zweiten runde ich spiele diesmal fairer und juka spielt racer wir sind doch noch so ein paar bei mir wie jetzt im ersten noch oder was ja genau nein quatsch warum kündigst du denn noch mal die runde extra an naja weil ich da zwischen schneide war war zurzeit ich lass ich muss gucken was wir da gesehen was wir da geredet haben und je nachdem lass ich es drin ach ja ich finde die vertonung aber eigentlich ganz cool die meisten sprüche passen zu den charakteren ok das war ja sehr sinnvoll natürlich schön wenn man eigentlich keinen kennt und ja eine rakete und tracer ist weg oh gott ach du kacke dieser schuss ach lol das war gar nicht in den kopf hat er wirklich genie genommen hat er wirklich einen coolen skin für genie das kam ja von hinten das war etwas unerwartet ja komm reiner ja genau ich habe seine ulti vernichtet oh mein ulti ist bereit oh gott oh gott weg hier lol neue benutzung für die e-fähigkeit entdeckt und mich aus gegenden raus boosten wo ich gerade nicht sein will genau das ist die rast war den checkpoint erreicht die charakteren gesicht am unteren bin ich noch ziemlich am durchprobieren und schaffe gar nichts eigentlich nein nein diese fähigkeit zum hochfliegen ich vergiss die einfach die ganze zeit was das denn für ein spawn hey was warst du denn davor was denn was denn was denn was denn was denn okay direkt direkt weggesnipert worden ich sehe du hast das Auge von deiner Mutter gehabt fuck ich würde so gerne sehen wo die ganze leute sind ach du kacke zwei scharfschützen mein team braucht mich beweg die fracht hier weg wir schaffen das los geht das spiel ich habe ja noch meine ulti aber ich kann sie nicht einsetzen wenn er zwei scharfschützen die einfach alles weg hoher er ist kriterium das einfach verdoppel auf die zu machen das geht Du hast die Aurora-Systeme hochgefahren! Zeit für den Verliegen, Weg! Du musst kämpfen! Lass uns nicht abballern! Oh, endlich mal sehen, wo die Gegner sind. Ja, es bringt was. Vielleicht. Außer mir natürlich. Geil, die Ulti hat einfach nichts gebracht, weil die nirgends Leute waren. Ach, was nehme ich denn jetzt? Ich bin eine eigene Apokalypse. Haben die jetzt immer noch zwei Sniper? Ja, die haben immer noch zwei Sniper. Die Fracht hat gestoppt. Noch 60 Sekunden. Wow, der Haken ist ja richtig geil. Also das ist jetzt die schlechteste Runde, die ich bis jetzt gespielt habe. Was ist das? Alter! Ach, come on! Eine fucking Windomaker hat mich einfach alleine ausgeschaltet. Ne. Als Roadhog. Also mich als Roadhog. Hm? Ich weiß nicht, was man gegen so viele fucking Sniper machen soll. Sterben. Hm, ja. Sterben ist eine Option. Und? Und daneben schießen auch. Tot. Niederlage. Ach. Ach. Highlight des Spiels. Der pha sou. Ach. Ach. Ach, ach. Ach. Ach! Ach. 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 Dafür tausend Medaillen, anscheinend war das ganze Team Kacke. Ja, ich hab nur eine Bronze gekriegt, das mal. Eine Gold, eine Silber, zwei Bronze. Ach man. Ja, das war's auf jeden Fall mit diesem Part. Ja, und weiter geht's dann natürlich im nächsten. Genau, ich öffne jetzt noch eine Lootbox, wie bei jedem Part. Nein, eigentlich nicht, weil spätestens ab dem nächsten wird's nicht mehr gehen. Oh, zwei seltener. Yay. Oh. Was ist das hier? Ja, Skin. Und Siegerpose, ja, kann ich auch nehmen. Gut, dann war's das mit dem Park. Wir sehen uns im nächsten und bis dann. Tschüss. Tschüss.